Die Generalklausel im 242 BGB. Wie ein Schuldverhältnis zu erfüllen ist. Schauen Sie mal rein in das Gesetz. Welche Begriffe haben wir da? So zu erfüllen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Unbestimmte Rechtsbegriffe. Unbestimmte Rechtsbegriffe. Auch hier wieder. Das Gesetz ist nicht operational. Das Gesetz sagt nicht, ein Schuldverhältnis in Form eines Dienstvertrages ist so zu erfüllen, dass der Seminarleiter eine Krawatte trägt. Das steht da nicht. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Weil möglicherweise ändern sich ja die Vorstellungen. Aber wenn wir jetzt mal uns ein Beispiel vorstellen. Was wäre denn jetzt ein Schuldverhältnis, das nicht so erfüllt wird, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern? Nun, das wäre vielleicht eine Schulung zum technischen Betriebswirt, wo der Seminarleiter nackt erscheint. Ja, dann könnten Sie vielleicht sagen, das wäre ein Verstoß gegen 242. Wenn Sie sich zum Tantra-Seminar eingebucht haben und der erscheint nicht nackt. Na? Ja? Sehen Sie, was ich meine. Ja? Sehen Sie, was ich meine. Man hat es hier allgemein formuliert und abhängig gemacht, wiederum von solchen unbestimmten Rechtsbegriffen. Man muss also wieder schauen, was ist hier die generelle Vorstellung. Wenn Sie sich zum Seminar anmelden, technischer Betriebswirt, erwarten Sie vermutlich, dass Sie das in einem Raum machen. Dass der Raum warm ist, dass Sie einen Sitzplatz haben. Ja? Was wäre, wenn wir jetzt oben auf Matterhorn das machen würden? Ja? Das wäre vielleicht auf die Verkehrssitte erwarten. Wenn Sie sich allerdings zum Seminar Mountain Climbing angemeldet haben, dann wäre es wieder anders. Ja? Also das ist hier gemeint.